Lilly und Sari sind in der Schule. Du, Lilly, kannst du mir helfen? Vielleicht. Ich kann heute nicht zum Schwimmen kommen. Ich bin total krank. Kannst du das dem Lehrer sagen? Du siehst nicht krank aus. Aber ich habe ein Attest von meinem Arzt. Hier. Sari zeigt Lilly das Attest. Das ist deine Handschrift, Sari. Was? Nein! Sari, ich kenne dich. Du kannst nicht lügen. Also, warum die Ausrede? Okay, okay. Heute spielt meine Lieblingsband im Einkaufszentrum. Die City Boys. Sorry, ich kann dir... Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Das ist mir egal. Ich kann dir nicht helfen, weil die City Boys furchtbar sind. Helfen. Vielleicht. Attest. Furchtbar. Lü.